Schauspiel reingefallen, jede einzelne Sekunde eures jämmerlichen Lebens habt ihr damit vergeudet, drauf reinzufallen. Wo wollt ihr denn hin? Bye, have a great time! Stell die Hedge. It was at this moment that he knew. He fucked up. Klar. Die Hedge ist by the way here. Just saying! Die Hedge ist by the way here. Kein Problem. Oh yeah, und jetzt. Hayao, Singri, Ninjutsu des Palettes sind zerstört! Oh, erstmal direkt Glör reporten. Ha, er hat den neuen hosenlosen Mayas. Jetzt weiß ich, wie ich Glör dran kriege. Jetzt werde ich ihm bei den Deaths verpfeifen, dass er eine hosenlose Skin hat. Dann wird er bestimmt von dem Folk-Whisperer-Programm ausgeschlossen. Endlich habe ich was, womit ich das Glör zeigen kann. Okay. Einen Heel haben wir ja noch drin. Wir dürfen nur kein Skill-Check fehlen, sonst wird's schwierig. Alright, das sieht gut aus. Oh mein Gott, das Adrenalin kommt jetzt, wo mein Met-Kick verbraucht ist. Ja, ich hab' Metal! Yes! Yes! Ich hab' Metal, richtig? Ha, 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 ha! Und die jetzt so! Was? Und ich so! Ja! Und die so! Was? Und ich so! Die kann ja nicht weggelaufen sein, aber wir würden ja Spuren... Oh, hab' ich mich jetzt er... Schraken, Alter! Holy fucking! Fuck! Survivor-Jagd, Digger! Ja, Mann! Ich hör' gar nichts! Ich gebe twitch.tv slash deadbydaylight ein und habe irgendwie gewurstfingert, dass irgendwo in diesem twitch.tv ein Tee drin ist, wo es nicht hingehört. Öffne diese Seite und plötzlich... No safety.com HTTP Sarah.trkd.com Slash LL So it's privacy searching! Obviously! Wie süß, wie so'n Hamster, ne? Wie so'n Hamster, der vergisst einfach nach zwei Sekunden, was passiert ist, so. Ha, 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 ha! Deswegen bin ich überhaupt weggelaufen. War da was? Oh, ich muss die Tür aufmachen! Wie so'n Hamster! Ich..... Wie so'nứa hear dass bei mir dasy...